hi leute und herzlich willkommen zu einem neuen und so geilen video ja heute kommt das letzte video aus rom heute werden wir heim fliegen heute kommt rückflug zwar meine woche hier in rom und ich muss schon sagen es war eine tolle zeit eine tolle erfahrung mal den papst in echt zu sehen und hat sehr viel spaß gemacht und jetzt müssen wir dann beide unsere kurve abgeben jetzt haben wir damit zu viel zeit deswegen halte ich es relativ kurz bleibt auf jeden fall bis zum ende dran gönnt euch das video schaut es an und dann jetzt viel spaß los geht's sind wir endlich an der kurve angekommen und jetzt zeige ich euch den ausblick hier sind so viele treppen gelaufen so anstrengend gewesen jetzt sind wir endlich hier oben und haben so einen tollen ausblick komplett aufgeräumt so 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 jetzt bin ich wieder zu hause endgültig angekommen ja japan japan so 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 okay und ja die ganze rom reise war echt mega geil muss ich sagen also war ganz toll hat mir persönlich sehr sehr viel spaß gemacht war sehr geil und ja ich hoffe euch hat es auch gefallen die ganze reise wenn es euch gefallen hat dann lasst doch einfach mal auf das Komm nach oben da und kommentiert wie ihr wisst, das Spiel geht weiter und bis zum nächsten Mal. Tschau. Also, jetzt im letzten Video hat, oder ja, gewonnen, Ruben Wolf. Das war der Gewinner jetzt. Ich hoffe, euch hat das Rom-Video jetzt gefallen. Jetzt habe ich auch die ganze Rom-Aktion somit abgeschlossen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und lasst ein Abo da. Und jetzt kommen wieder die Berlin-Videos noch. Die restlichen drei oder vier Songs ungefähr werden das. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschau.